Hallo ihr Lieben, mich kennt ihr ja schon höchstwahrscheinlich, die meisten zumindest da draußen von euch, ich bin die Lilo, aber hier haben wir jemand Neues. Die Sarah, ich bin die Sarah, bin jetzt seit kurzem dabei bei dieser wundervollen Familie in diesem ganz tollen Piercing Studio mit super vielen netten, ganz tollen Kunden und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal mit mir gesprochen. Seit ein paar Tagen mache ich hier, telefoniere ich mit euch oder schreibe mit euch WhatsApp-Nachrichten, um eure Termine zu machen. Ja. Und dir gefällt es? Ich liebe es bei euch. Ich will gar nicht mehr gehen. Nichts angerissen wollten wir hören. Ich will mich nicht mehr nur sehen. Sehr gut. Auch mal jetzt bei uns bleiben. Ja. Ja, das wollen wir doch hoffen. Nein, aber wir haben an die Leute zu Hause erstmal das Video gemacht, weil viele irritiert waren und haben gesagt, oh mein Gott, ich wusste zuerst gar nicht, wo bin ich denn da jetzt? So, also unsere Sarah, wir wollten sie nur mal eben euch vorstellen und ja, dann schicken wir mal liebe Grüße raus und wünschen euch alle einen ganz tollen Tag. Liebe Grüße. Tschüss.